wir sind jetzt zurück bei all the mods 9 to the sky und heute haben wir was ganz besonderes vor und zwar wollen wir den da ein bisschen besser betreiben weswegen wir brian tower brauchen und ich habe schon wieder rausgefunden warum mein inventar so übelst warum der server übelst geleckt hat und der absorption hopper war voll so was wollte ich ok Okay. Okay. Oh. Okay. Okay. So. Und ich wollte... Ich glaube, das könnte ganz geil aussehen. So. Oh. 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 Das war's für heute. Das sieht... Nice aus. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. 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 156. Und was geht bei dir so? Das war's für heute. 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 So. 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 B. So. 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 so ähm copy Ops. 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 15, 16, 17, 18. 15, 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 16, 18. 17, 18. 16, 18. 16, 18. 17, 18. 17, 18. 17, 18. 17, 18. 17, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 19, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 19, 18. 18, 18. 18, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 18. 19, 19, 18. What the fuck? Oh, okay. 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 42 38 ok das passt kann ich nicht alle voll und ganz betreiben und dann lasse ich voll laufen und so so also die gesamte insel wandert jetzt ein rüber was wir jetzt machen werden ist jetzt einmal eben safe all safe game kann ich ein backup starten back und das will ich eben server create backup cut isolate ich finde mich jetzt nicht den ja so oh wie krieg ich denn von minecraft building gadgets gadgets ähh cut size ich da in die config reingucken ich ich habe eine die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich denke, dass der Wirklich in der Beschreibung nur für den Tag, für einen Tag geht Also die Nacht nicht mit reinrechnet Deswegen halt, dass er mehr Sinn macht, die Größe zu ändern Und dann, dass er mehr Sinn macht, die Größe zu ändern Und dann, dass er mehr Sinn macht, die Größe zu ändern Hallo, ist welche Halbzeit? Ich muss hier gerade ein Türmchen verschieben Ja, ich bin voll in Fußball drin Also ich bin der größte Fußballfan, den man sich vorstellen kann Ja Ach Gott, oh Gott, oh Gott Okay, da kommt doch ein bisschen Interesse auf 1-0 gegen England, genau, Ungarn Okay Ja Schön Haben wir das auch erledigt? Hallüle Querschnitt Oh, oh, die Framerate Okay Okay Ja, wegen der Musik, die eigentlich Copyright-free ist und wofür ich Lizenzen bezahle Oh Oh Was? Eigentlich sollte alles zu hören sein Also, ich darf es erst mal sehen, ich muss auch hinunternehmen, aber jetzt aber es ist wichtig, alles Flip-intern getiriert Und jetzt ist die erste Frage, ob ich sie mit der Schmerzen zusammen Und jetzt ist die Frage, ob ich sie mit dem Buchhebung verkinden kann Und jetzt ging es um eine Frage, ob ich sie mit der Schmerzen Geschenke Und das war ich das passiert, wenn ich sie mit der Schmerzen Und jetzt kommt, ob ich sie mit der Schmerzen Und jetzt ist das aber um ein Grunde Und dann wird es das aber auch schon passiert Okay, ich bin ein bisschen Ich bin ich mir sagen, wir Spectier und ich bin ein bisschen Es ist genau falsch rum. Was zur Hölle? Ich habe mir noch nie meine eigenen Bots angeguckt. Wow. Ja, sonst ähm Ich brauche eigentlich keine Twitch-Watt-Spur. Ja. Was nen Kack. Ja, ich ähm mache das beim nächsten Mal ohne Watt-Spur, weil eigentlich brauche ich keine Watt-Spur. Eigentlich ist alles free. Ja. Ähm. Ähm. Sonst kann ich dir das hier eher empfehlen. Und da sind die Worts auch, aber in höherer Qualität. Okay, viel Spaß dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh. Bis zum nächsten Mal. 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 Wow, müssen wir doch das Einzeln machen. Oh. Oh. Nee, ähm, den Bilder von RF-Tools, äh, ich glaub, der nimmt nur, ähm, den Shape auf und nicht die Position der Blöcke. Dann hast du keine Chance. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Oh. Hey. 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 Das war's für heute. Oh Gott 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 Okay. So, wie viel FE braucht man denn für einen Anti-Meta-Pallet? Hmm, okay. So, wie viel Feiertel ist? Oh! Oh, for fuck's sake. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe noch ein paar mal gebraucht für das Sapientf genau zu sein, aber ich habe diesmal nur einen kleinen Energiespeicher 10x10, oh Gott. Willst du eigentlich auch den, ähm, Draconic Evolution Dingenskirchen machen? Ha, jetzt bin ich zufrieden. Ah, ok. Oh, okay. Oh, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. So. Und wie viele willst du dann noch einbauen? Und... So. 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 Das war's für heute. Nice Oh Gott Hey mit Create kannst du auch Strom herstellen Also Das wird schon funktionieren Das wird schon Okay. Ah, so. Ja, dachte ich nämlich auch, hier klingst du rein und darum, dass ich das so sage. Ja, auf jeden Fall. 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 Hast du pro Evaporation Tower einen Heater genommen oder mehrere? Das wäre jetzt nochmal so eine interessante Frage. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich wollte... Die kürzeste Strecke möglich einsetzen. Oh Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Und so wie ich das verstanden hab, kann... Verlieren die hier auch noch auf der Entfernung, äh, Hitze. Nice. Nice. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das weiß ich bescheid, dann... Das kommt dann als nächstes. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. 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 Schwarz 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, holen wir uns alle Concrete-Rezepte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tuck, 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 tuck. Vielen Dank. 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 1, 2, 3, 4... 6, 7, 8... 1, 2, 3... Okay. Okay. So... So... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh. Ops. 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 Okay. Das war's. 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 Und sonst. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott. 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 Output. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.